Ja, das merke ich. Damit wir hier endlich, weißt du ungefähr wie breit das ist? Boah, leider nicht. Ich kenne die Erde mehr. Du füllst aber auch mit allem aus. Band, Kies, mach doch direkt alles Erde. Nee, das war schon so. Ach, das war sogar alles. Das ist quasi der Strand gewesen vom Tümpel. Ach so, okay. Ich hör's. Meine Fresse, das gibt's ja nicht. Wo kommen die denn? Ich hab doch ausgeleuchtet. So langsam nervt das. Toll, meine Workbank ist weg. Ja, wir können uns jetzt auch schnell hinlegen oder so und dann direkt anfangen mit dem Gebäude. Das wäre echt sinnvoll, aber ja. Kann man machen. Ich sammle gerade noch ein bisschen Erde. Weil das Problem ist, hier kommt bestimmt wieder ein... Ich weiß, wo der herkam. Er kam bestimmt hier oben her. Das Ding, das Ding aus dem Sumpf. Echt nervig. Ja, ja. Gibt's ja nicht. Ja, den Berg tragen wir später auch noch ab. Ja. Das ist bloß, dass ich halt Füllmaterial quasi hab jetzt, falls nochmal irgendwas passiert. Kommst du? Wow! Blöder Creeper, genau in unsere Eingangstür. Oh nein. Wobei... Oh! Scheiß Skelett. Oh, ab Schwein. Double Kill. Zwei Knochen. Jetzt weiß ich warum. Hier unten war die Tür offen. Ne, Double Kill. Ich hab gerade... Da kam noch ein Skelett runtergehüpft von der Mauer. Ist genau in den Creeper rein und der Creeper ist explodiert. Nee. Schön. Schön in der Haus... Schön in der Hauswand, ne? Schön in der Hauswand, genau. In der Hauswand vor allem. Ja. Zum Glück hab ich Apples bei mir. Für die Leute, die sich wundern, warum ich manchmal nach links gucke, links neben mir steht mein Tablet, da ist der Timer von der Aufnahme halt. Das ist alles so gewollt. Nein. 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 Ja, doch. Ich muss das hier so und gucken, ne? Ich muss das auswendig wissen. Nein. Nein. Das ist schon für eine gute Fläche. So. Da brennt vielleicht ein bisschen... Also, ich geh mal davon aus, wenn wir das ungefähr bauen... Entweder machen wir zwei breite Fenster oder drei, weil wenn wir denn... Wir wollen ja so eine Art L bauen, glaub ich, ne? Würde ich jetzt sagen. So als Haus. Ich wiss, wie wir das bauen. Ich steck dir das mal ab. Ja, genau. Steck du mir ab und ich spiele Ted Mosby dann. Oh mein Gott. Oh, ich muss niesen. Ja, dann. Viel Spaß. Ey, das gibt's nicht. Das ist aber auch, ey. Sehr frisch in Deutschland geworden. Leck mich am... Zuck, Gally. Das weg, das weg, das weg. Nehmen wir Helles oder... Ach, warte. Ich weiss, welches Holz wir nehmen. Ja, wir haben ja genug, ne? Na, ich geh mal entweder fünf oder sieben. Weil wir müssen halt ne ungerade Zahl nehmen wegen den Fenstern. Noch denn? Ja, gar nicht. Guck mal, ich probier mal was. Wir stellen das jetzt mal... Wo wollen wir den Eingang denn haben? Ich weiss, wie... Ich weiss, wie wir's machen, warte. Nehmen wir das oder das Dunkle? Das ist doch Eiche, ne? Oder wollen wir einen Steinboden nehmen? Ich würd, äh, so... So... Zwei Reihen... Steinfundament machen. Ne, zwei ist zu viel. Oder... Oder ein... Halt eine Reihe. Also jedenfalls Steinfundament. Und dann kann man da schön drauf aufbauen. Dann würd ich aber das... Das sieht mir auch, glaub ich, sehr gut aus. Na, dann lass mich mal ganz kurz überlegen. Dann würd ich das trotzdem aber so machen. Geil. Ja, sorry. Eins, zwei, drei... Vier, fünf... Sechs, sieben... Okay, das war falsch. Ich hab keine Spitzhacke mehr. Meine Workbank... Meine Workbank ist ja auch kaputt. Warte, passt schon. Ich hab ne Hacke für dich, wenn du willst. Nö. Wollen wir eine. Wo... Zum Blockbank. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Nö. Oh nein, ne. Was? Wo? Warte. Ich hätt das jetzt so gesetzt. Pass mal auf. Invental... Ne. So. Dann hätt ich aber... Invent... Zweierfenster, oder was? Warte, wenn wir jetzt zweierfenster... Ja, wir müssen ja schon... Ich glaub drei sind gut. Schön lichtig flutet. Hm. Hm. So? Mhm. Also die Frage ist halt einfach... Drück ich den immer auf Hinstick? Ob wir das so bauen? Ob wir das, ähm... Also quasi als... Ähm... Als Holz... Holz... Äh... Ver... Pfeiler... An den Hauselgen. So. Sagen wir mal, das ist jetzt die... Eine Wand... Äh... So. Ich hätt dann nämlich jetzt hier... Warte. Warte. Kannst du mal... Warte, wir müssen das Sand mal wegmachen. Ich hab hier grad ne Werkbank gestellt. Hallo, graues Schaf. Äh... Mh... Dein reicht da. Jetzt pass auf, wir müssen bloß... Und zwar... Glaub ich ist hier... Was ich stell da erstmal... Hast du Erde zum Füllen? Äh... Ja. Aber hier, wo ich jetzt hier diese... Diese kleine... Kleine Mauer gebaut hab. Ne? Ich glaub da drunter ist Wasser. Hier machen wir erstmal alles Erde. Ja. Ist egal. Wenn der... Wenn der Wasser kommt, ist egal. Ja. Alles hier, ähm... Das, was ich grad abgetragen habe, ist Erde voll. Also nur die... Die... Diese eine Schicht, ne? Oder... Ja, wenn wir dann... Falls wir dann noch ne zweite Etage drunter machen, wovon ich ja auch ausgehe. Ja. Ähm... Ist es... Dann kommen wir eh in den Sand rein. Vielleicht sogar im Wasser. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt nur eine Schicht Wasser... Äh... Erde drüber gemacht hast übers Wasser. Aber hier machen wir erstmal das Erde raus. Außerdem haben wir so viel Sand jetzt, äh... Für... Glas. Für Glas, genau. Ich hätte jetzt hier zum Beispiel... Ne... Dappeltür... So... Wie viel ist das jetzt hier? Wie viel ist das jetzt hier? Oh... Er hat er... 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 Eichen... Er hat er... Er hat er... Ich weiß aber nicht, ob wir vielleicht Birke nehmen... Vielleicht heller... Ob das ist heller vielleicht ist. Wir können ja mal zum Beispiel hier... Mach mal hier ne Wand. Hast du Birke dabei? Ja, warte... Hier... Das ist Birke. Jetzt die Frage, ob das sich besser vom Kontrast her gibt. Mach mal hier die ganze Wand vor. Ja... Oder? Äh... So... Das war alles, was ich jetzt an Birke gerade dabei hatte an Brettern. Das Problem, was ich nämlich auch wieder sehe, ist, ähm... Glas auf Stein sieht doch bestimmt beschissen aus. Glas auf Stein und inzwischen Holz sieht bestimmt bescheuert aus, oder? Ey, guck mal, ey, Birke sieht doch gut aus. Birke? Nimm mal Birke? Ja... Ja... Guck mal, ey. Ja... Und nehm Birke. Na gut. Du hast mich getötet. Wieso? Wie ist das passiert? Ich stand neben... Ey, ohne Witz, kann man das ausstellen? Ich stand ne... Ich stand neben dir. Wie? Ey, jetzt mal... Boah, das ist nur sch... Ey, zumal ehrlich. Warte doch schlafen auf mein... Auf mein, äh... Es tut mir echt leid, aber... Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Nein, alles gut. Alles gut. Ich nimm's dir nicht über. Vielleicht doch, aber... Das sag ich jetzt nicht so laut auf. Was ist das denn, ey? Ich bin halt einfach nur lang. Warte, ich... Ich... Ich mach grad den Grundriss. Da muss ich... Ich muss aber kurz was essen. Wie viel... Warte mal hoch mal beugen. Deine Levels sind halt wieder weg. Ja. So, das muss ich erstmal... Wir werden durchsortieren. Hier ein Bretter, Eichenbretter... Pflasterstein... Da, da, da... Was fehlt mir hier? Nichts. So, ähm... Wo haben wir's denn? Ach doch, Mann. Meine Spitzhacke fehlt mir. Also, okay. Äh, ich hab eine dabei, Warte. Ne, passt schon. Ich mach mir eben eine. Hast du... Ah. Ich wollte auch grad Glas mitnehmen. Was mach ich? Renn weiter. Typisch, ey. Wollen wir da Glasscheiben machen? Würd ich auch sagen, ne? Boah, das nepp ich hier immer hoch, ey. Ja. Du willst bis Glas... Also, als Block quasi. Nö, ich nehm Glasscheiben, würd ich sagen. Ja, glaub ich sind ganz gut aus, ne? Ach. Das... Ich liebe und hasse meinen Elite-Controller. Gleichzeitig. Wird man denn... Warum? Doch, guck, guck mal. Ja, ich hab unten... Auf, auf, auf ein... Äh, äh... Paddle, hab ich die B-Taste ge... Gelegt halt, ne? Von anderen Spielen her. Ja, und manchmal drückst du drauf, ne? Und wenn ich halt dann... Und manchmal drück ich da aus, wir sind drauf und schmeiß halt dann... Dementsprechend was weg, ne? Das ist natürlich... Ach, guck mal, sieht doch echt aus. Also... Ach, guck mal, ey, alter, ey. Das klingt ja... Wenn man das mal so sagen darf, schon Porno aus, ey. Pass mal auf, da gibt's auch noch ganz coole andere Sachen, wenn du zum Beispiel... Ja, es gibt noch ein graues Fenster, ein schwarzes Fenster. Ich weiß aber jetzt nur nicht, wie das funktioniert. Warte mal, vielleicht find ich das. Scheiß, ich brauch Ziegel, Stein. Hätte ich jetzt mal was ganz cooles gemacht. Ähm... Wo sind Treppen? Da sind Treppen. Wie... ähm... Wie lang soll ich denn das ziehen, das Haus jetzt? Warte mal, ich muss kurz... Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich will hier eine Kiste hinstellen. Kannst du hier mal zwei Kisten hinstellen? Nebeneinander. Ich will mir mal was lustiges zeigen. So, was ich jetzt mal so für mich entdeckt habe, was vielleicht auch ganz cool aussieht, ist zum Beispiel... Das... Ist... Ah, das ist einer. Weil wenn du jetzt zum Beispiel hier... Kannst du dann so Blumentöpfe noch draufstellen. Blumentöpfe draufstellen. Oh, ja. Finde ich ganz cool. Ja, quasi als Fensterbank. Guck mal, ich habe da diesen Steinblock gesetzt. Bis hier hin. Und dann ziehen wir weiter nach links... äh... In diese Richtung hier. Ich würde das Haus halt... ähm... Ich bin halt am überlegen. Also, ich würde das so machen. Würde dann hier schon direkt rum... Wir können hier zum Beispiel auch eine Terrasse oder sowas hinbauen vielleicht. Ja. Ich dachte halt auch so, ne? Von... von der... Was ist das jetzt hier? Achso, das ist dein... Ziel ist jetzt... Ziel ist jetzt mal hier lang... Ist aber schon klein, oder? Bitte? Das Haus klein. Ja, naja... Das denke ich auch. Ja, wir können ja noch in die Breite gehen. Kann ich hier zum Beispiel weiter... weiter hinter gehen oder hast du es ja breiter? Ähm... Wer ist die nächste Frage? Oder ob wir hier, ähm... Können wir... Ja, eine Dreierfensterreihe machen wollen? Ne, ich würde hier dann Zweier nehmen. Auf sie... Auf sie... Auf sieben... Auf sieben Blöcke... Breite? Ich würde hier zum Beispiel... Können wir... Oh, ist das... Warte mal... Warte mal... Ich würde das dann so machen... Jetzt hier... Zack... Zack... Und... Zack... Wir können ja auch zum Beispiel... Aber das ist ziemlich eng hier... Ja, A... Das ist eng... B... Könnten wir auch natürlich... Stockwerk auch draufsetzen... Wir können das auch als Eingang nehmen... Und wir können hier hinten das breiter machen... Das heißt, wir können... Immer... Das ist quasi das Eingangsbereich... Und als... Genau... Willkommens... Wo wir unsere Cocktails anloch... Mit unseren Gästen... Jetzt mal hier... Können wir... Können natürlich... Äh... Bedankt... Oh, Enderman... Wo? Oben auf dem Berg... Und ein Zombie... Ach so... Ich geh jetzt... Ich geh jetzt... Zombie bashen... Bam, bam, bam... Ich bin ja jetzt... Wie breit ist das denn jetzt hier... Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Scheiße... Hab ich jetzt hier mitgezählt den ein... Eins... Zwei... Drei... Drei... Fünf... Sechs... Sieben... Lass uns doch hier auf... Auf... Fünf... Rüber gehen noch... Fünf... Fünf... Äh... Sechs... Sieben... Acht... Acht... Neun... Zehn wär das... Quasi so... Als... Wir könnten aber auch... Was wir machen könnten ist... Jeweils noch ein breiter gehen... Das heißt, wenn wir jetzt... Ja... Oder vorne jetzt hier... Wo das Dreierfenster ist... Das wird ja auf zwei breiter gehen... Da haben wir ja jetzt... Wie viel haben wir das? Zwei... Vier... Sechs... Da haben wir ja schon sieben... Dass wir dann noch mal links und rechts hier was breiter gehen... Hm... 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 Guck mal... Ich... Ich... Ich füll erstmal die... Das Loch da hinten auch... Also ich würde sonst... Wenn auch noch ein breiter gehen hier vorne... Was wird das... Ich... Ich... Ich würde gar nicht so breit hier auf... Also ich... Hier in der einen Ecke gehen hier... Also dass man das nur ein kleines Stück macht oder was? Dass man da vielleicht die Treppe hinsetzt so hoch? Ich... Genau... Dass man hier so quasi den... Den Treppen... Bereich macht... Dass man das... Echt... Warte... Das haben wir... Eins... Zwei... Zwei... Vier... Sechs... Vier... Fünf... Zwei... Fünf... Fünf breit... Zwei... 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 Dann machen die eine obsidian und dann wieder steigen damit wenn dann ein Creeper explodiert... Achso... Ja... Was die nur die Außenwand ganz machen müssen... Oh... Das traust nicht zurück... Guck mal hier jetzt... Ja... Diese kleine Nische... Die dachte ich dann jetzt... Das find ich mal ganz kurz hier das fertig machen... Machen würde... Mit dem 1cm Stock... Ich das mal ganz... Ich trinke immer wieder auf den lösen Stick? Ach tu bleiby... Aber ich muss jetzt mal kurz Nase putzen... Deswegen hört man, mich jetzt kurz erstmal nicht... Ist ja nicht schlimm. So. Müssen wir jetzt die Scheiben auch kaputt machen. Das schöne Glas. Ja, das frage ich mich bei dir öfters. Ja. Du dich auch, ne? Ja, ab und zu. Sechs. Sieben. Guck mal. Wenn du gleich so weit bist, kannst du ja... Guck mal, jetzt haben wir hier extrem viel Platz hier. Guck mal, wie du siehst, wie breit das auf einmal ist. Ja. Dann überlegen, ob wir das so machen. Hast du nur... Ach so, ich hab noch... Ich würde ich... Dann bis sie dich...